So, wir gehen weiter. Meine Erkältung klingt sicher noch besser. Auf jeden Fall, Banane. Gerade dann klingt das richtig gut. Ich würde es mal anhören. Ja eben, ich auch, Kaira, ich auch. Eine Standseilbahn. Interessant. Eine Standseilbahn ist total interessant. Und dann fallen euch die Ohren ab. Naja. 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 Hier habe ich auch wieder irgendwas übersehen scheinbar. Herzlichen Glückwunsch, Rainbow. Ich gehe nochmal nach unten gucken. Das will doch keiner. Das will doch Kaira. Der alte WoW-Witz. Hier soll noch was sein? Du verarschst mich, Spiel. Spiel, du verarschst mich. Oder vielleicht ist da unten das gemeint. Okay, ich gehe erstmal nach oben. Standseilbahn voll doof. Die bewegt es ja nicht. Ja eben. Was will man damit? Du brauchst dein Ohr noch aus Gründen. Ja, für die Brille. Esprit, lacht mich immer aus, wenn ich versehentlich in seiner Anwesenheit anfange zu sehen. Was? Das ist aber nicht nett. Das ist aber nicht nett vom Esprit. E-Mails an das Umbrella HQ. Direktor Owens. Im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Er ist ja auch kein Erreichsleiter. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens. Die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens. Sie waren das von A. Wo ist sie denn hin? Direktor Owens war es von A. Ist da Bescheid. Ach, nö. Nein, zum Stimmenhören. Achso. Da habe ich es besser. Mein Freund sieht dann einfach mit. Macht es sich besser, aber was soll's. Ich mache es nicht besser. Ja, ich mache es nicht besser. Ich probiere mal was. Ich habe gerade einen Geistesblitz, falls das geht. Der geht natürlich nicht. Da haben wir aber auch keine Info drüber jetzt, ne? Ach, guck mal. Wir haben die ganzen anderen Zettelagen gar nicht mehr. Spiel mal Singstar. Ja, irgendwann singen wir auch mal wieder. Das sage ich auch, glaube ich, jedes Mal. Okay, ich finde jetzt keine Infos für diesen Spind, was sehr schade ist. Ja, tust du, ja. Ich sage immer viel, wenn der Tag lang ist. Das hört sich gar nicht gut an. Just Dance? Nein. Was, komm schon? Ach, da liegt sie. Hallo. Ada liegt sie. Aha. Ich komme, Ada. Mach dich bereit, Ada. Ich komme. Munition. Kann ich gleich nochmal speichern. Das ist ja schön. Ich kann mal noch was lesen. Broschüre der Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen, stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenden industriellen Designs. Wir bei der KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO der Knights Construction Company, Air-Mitglied des Welt-Schachverbands, ehrenamtlicher Berater des Raccoon-Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter der Fischer-Schachfreunde, RB Fischer. What the fuck? What the fuck? Oh, hier kann ich ein Video gucken. Komm, wir gucken einen Film. Hoffentlich ist ein guter. Hoffentlich ein Porno. Bitte. Bitte. Aufhören. Nein, 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 nein. Hier drüben, du. Freak. Ich tu ihm nicht weh. Ich tu ihm nicht weh. Aha. Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Die Ratten sind schuld. Wunsch erfüllt. Ich habe gerade festgestellt, dass 10 Million kein Cloud-Safe hat. Was? Was ist das denn für eine Schweinerei? Hey, Karte der Kanalisation. Hier habe ich noch irgendwas übersehen. Äh, habe ich noch eine andere Videokassette? Hatten wir nicht noch eine Videokassette? Ich dachte, wer hätte noch eine Videokassette gehabt. Hm. Scheinbar nicht. Äh, die Flintenmunition kann ich erstmal wegpacken. Das Schießpulver packe ich weg. Die schmeiß ich weg. Das Krautsch tut auch noch weg. Äh. Mac-Munition behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich. Herzlichen Glückwunsch Banane. Banane räumt heute ab. Ach, guck mal. Er hat seine Taschenlappe wieder gefunden. Oh, was haben wir da? Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Damen nicht nebeneinander und Damen und Turm liegen sich gegenüber. Was? Öffne der Tür zum U-Bereich. Ich habe bei dem letzten irren Transfer das Ding verloren, in dem steht, wie immer die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen an der Pinnwand. Und die Stecker finden. Ah, da ist das Pferd. Da muss das Pferd hin, alles klar. Das ist... Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist der Bauer. Da steht Bauer, da steht nix, da steht nix. Da steht Pferd, da steht nix, da steht nix. Okay. Turm und Springer sind an derselben Wand. Läufer und Damen nicht nebeneinander und Damen und Turm liegen sich gegenüber. Das heißt, ich brauche aber mehr. Also hier muss der Bauer rein, oder was? Wenn er ein Pornplug. Achso, ich muss mir die erstmal angucken, damit der mir genau sagt, was das ist. Das ist der Springerstecker. Das ist der Läuferstecker. Das ist der Bauernstecker. So, äh, Bauernstecker. Warte. Und da ist der Springerstecker. Jetzt habe ich aber nur noch... ...die Dame. Aber ich brauche noch mehr, oder? Will ich das tun? Ich weiß es nicht. Ja, weil sonst kann ich ja scheinbar nicht hin. Dann tue ich das mal. Krieg mal Relive Schach. Nee, Schach ist so. Schach ist nicht so meins. Uh, Vorsicht. Nicht runterfallen, Leon. Nicht runterfallen. Oh, rotes Kraut. Jo, bitte. Das nehme ich doch gerne. Was haben wir da? Ein Werkzeug. Okay. Oh. Sollen wir jetzt damit wieder ganz zurückgehen? Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den ihrer Bestellung angehenden Ort geliefert. Ein hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor Benutzung des Tresors entfernen. Okay. Herr Pille Mann Otze. Alles klar, liebe Computerstimme. Stimme. Hier kann ich hin. Okay, warte. Ah, zwei links, zwölf rechts, acht links. Ich muss nach links drehen. Nach links. Nach da. Zwei links. Jetzt habe ich den Rest vergessen. Zwölf rechts, acht links. Yay. Oh, sogar richtig. Was ist das denn? Schrotflinten schafft. Geil. Ich dachte, irgendwas Sinnvolles. Du stehst doch gleich auf, sobald ich diese Blume nehme. Ja. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Der hat schon, bevor ich die Blume gegriffen habe, schon... Äh. Äh. Ja, ja, aber klar. Hau ab. Hau ab, Alter. Oh, Bierflaschen. Die kann ich nicht mitnehmen. Nicht mal für Pfand. Ah, guten Tag. Scheiße. Ach, hier ist der Bauarbeiter von eben. Ist der das? Oh, grünes Kraut. Ja. Und der da oben hat jetzt an der Tür gerüttelt und kam nicht rein, oder was? Warum ist das so dunkel? So dunkel? So dunkel? So dunkel war es nie. Hä? Ähm, 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 ähm. Hä? Hä, war ich hier nicht eben? Schlüssel. Oh. Schlüssel. Sewer. No entry zone. Kanalisationsschlüssel. Ein Schlüssel zu einem Kanalisationsabschnitt. Mit Springern drauf. Okay, irgendeinen Kanalisationsabschnitt. Da kann ich jetzt runter. Da kann ich hoch. Ich geh erstmal runter. Erstmal, erstmal in die Suppesauce rein hier. Denn da ist grünes Kraut und er wird gleich aufwachen, sobald ich das grüne Kraut nehme. Und er wahrscheinlich auch. Was zum Teufel war das? Das würde ich auch gerne wissen. Bin ich hier raus? Doch, kann ich. Oh mein Gott. Das wird ja immer schlimmer. Oh mein Gott. Was? Zor- Alter, nein, 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 nicht so, Alter. Ich hab doch nicht. Ich hab doch nicht. Doch, ich hab ein Messer, aber das ist nicht so. Oh, scheiße. Äh, keine Munition mehr, geil. Was? Achso, mein Messer. Danke. Blut wär mir lieber gewesen. Okay, ich hab jetzt grad nur noch die Waffe. Das ist... Das ist ein bisschen ätzend. Okay. Ach, Lizzie hat auch Resident Evil gespielt, sehr gut. Ist er grad am Kacken oder was macht der? Willkommen zurück ab meinem Büro. Ich möchte nicht schießen, weil dein Auge zu ist. Hallo. Hallo. Nein, ich hab doch nur die Dinger. Ich hab doch nur die Mega-Waffe hier. Achso. Dann zeig dir mal dein Kack-Auge, Alter. Au. Scheiße. Warum zeigt er sein Auge nicht? Hö. Äh, 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 äh. Ich hab noch mein Messer, ich hab noch mein Messer, ich hab noch mein Messer, ich hab noch mein Messer. Oh, was ist mit seinem Auge? Mach doch mal auf. Vielleicht keine Munition mehr. Au, au. Oh nein, ich bin vergiftet. Was? Das war ich ja noch nie. Möchtest du aufschießen? Ah. Was soll man mal sagen können? Warte mal, wie war das? Äh. Äh. Blau, einfach nur blaue Kräuter, ja? Okay. Äh, wir können mal gerade das kombinieren. Ich habe noch zwei Schuss. Sie sieht aus wie sie am Ende auf einfach gestellt. Als sie tot war, das ist natürlich auch sehr gut. Oh ja, Meg Muniz... Nein, nein, nein. Ja, ist doch egal. Tu es halt da hin. So, bei der nächsten Schreibmaschine machen wir dann auch mal Feierabend. Langsam ein bisschen Kopfschmerzen und das ätzt mich gerade an. Da sind die Lampen dann immer nicht so geil. Okay. Okay. Mit dem letzten Schuss, Alter. Okay. 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 Okay.